Achtung, vor dem Video noch eine ganz wichtige Nachricht. Der NFT, um den es gleich in dem Video geht, den kannst du nur minten bis Dienstag, den 6. Dezember um 0 Uhr. Danach geht das Mint-Fenster zu und der ist nie wieder mintbar. Ganz wichtige Info vorneweg, die ich im Video vergessen habe und ich dir unbedingt noch sagen wollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich werde dir zeigen, wie du mit NFTs in Zukunft als Geschäftsmann oder auch als Angestellter und Geschäftsfrau und Angestellte Geld verdienen kannst. Und ich werde dir zeigen, was das Interessante an NFTs ist und das Ganze am Beispiel meines eigenen NFTs. Ich habe ganz viel in den letzten fast zwei Jahren, in denen ich mich im NFT-Bereich bewege, gehört. Mike, wann machst du denn eigentlich mal deinen eigenen NFT? Und jetzt ist es soweit und zu tun hat das Ganze mit diesem Magazin. Du weißt, das ist das erste Print-NFT-Magazin weltweit. Ein sehr geiles Magazin. Viele von euch haben es schon geholt und haben es sich eingerahmt und aufgehängt zu Hause, was ich mega geil finde. Wenn du das Magazin noch nicht hast, du kannst dir hier mit dem Link drunter den kostenlosen Download sichern. Wenn du 4,99 Euro investierst, dann zahlst du sozusagen Verpackung und Versand. Der Rest geht auf mich und dann hast du dieses wunderschöne Magazin zum Lesen, aber auch zum Einrahmen und Aufhängen bei dir zu Hause. Und zu diesem Magazin habe ich einen NFT gemacht. Und diesen NFT möchte ich dir jetzt präsentieren. Deswegen halte ich fest, ich teile nicht wie Moses das Meer, aber den Bildschirm mit dir. Und hier siehst du die Mint-Seite von dem NFT. Der NFT ist gemacht worden von einem sehr, sehr geilen 3D-Künstler. Einer der geilsten, coolsten und besten 3D-Künstler der Welt. Ich habe einige seiner Kunstwerke gesammelt und liebe das, was er macht. Und zwar Marco Mori. Marco Mori hat diesen NFT, es sind sogar zwei NFTs gemacht. Es gibt das Magazin ja auf Englisch und auf Deutsch. Und hier ist das Cover mit der deutschen Version und hier ist das Cover mit der englischen Version. So sieht der NFT aus. Ich wollte dafür sorgen, dass dieser NFT für jeden von euch so mega günstig ist, dass es sich anfühlt wie geschenkt. Deswegen ist das Ganze nur eine Investition von 0,0299 Eter. Mich hat vorhin einer bei Twitter angeschrieben und hat gesagt, Mike, wie viel soll ich mir denn kaufen? Ich habe gesagt, du, ich will dir gar nicht sagen, wie viel du kaufen sollst. Ich sage dir, wie ich das mache bei solchen Sachen. Bei solchen Sachen kaufe ich immer drei, weil dann habe ich später einen für immer zum Halten, einen zu verkaufen, wenn der Preis steigt. Und um Himmels Willen, das ist kein Versprechen, dass der Preis von diesem Ding steigt. Kann auch bergab gehen, kann alles draus werden. Aber wenn der Preis steigt, habe ich eins zu verkaufen und vielleicht dann auch noch später eins zu verkaufen. So gehe ich immer vor, ich kaufe drei. Du gehst dann hier auf den Button und kannst dann zum Beispiel hier drei einstellen. Du gehst auf Mint für 0,0897 sind es dann, weil es drei Stück sind. Und dann gehe ich auf Bestätigen und dann wird das Ding schon fröhlich durchgemintet. Die Kollektion sind zwei Kollektionen. Das ist die NFT, das Magazin Kollektion, also die deutsche Kollektion. Sieht so aus auf OpenSea. Wenn du übrigens das bei deinem NFT hast und dann gehst du einfach hier rein und, muss ich hier oben mal zumachen, gehst auf Metadaten aktualisieren und dann lädst du die Seite neu. Dann werden in der Regel die Metadaten relativ schnell aktualisiert. Das musst du vielleicht manchmal auch ein bisschen öfter machen. Und das hier ist die Das-Magazin-Seite. Und jetzt möchte ich was ganz Besonderes machen, weil ich eben glaube, also holt euch den NFT, der Link ist mint.mikehager.de, der ist aber auch mit einem Convert-Link, also der heißt dann covl.io, ist hier unter dem Video auch nochmal verlinkt. Ich kann das Magazin allerwärmsten empfehlen. Hol dir in erster Linie das Print-Magazin und dann, wenn du beides haben willst, hol dir ein NFT dazu. Ich möchte dir jetzt sagen, was, wenn du sowas hast, alles möglich ist. Das wirklich, wirklich coole an NFTs ist, dass du, wenn du so einen NFT rausgibst an deine Mitglieder, an deine Kundschaft, an deine Klienten, dann hast erst mal du in der Zukunft alle Möglichkeiten, den Menschen, die diesen NFT haben, Value zu liefern. Du kannst den Wert dieses NFTs ganz einfach nach Belieben nach und nach erhöhen, indem du diverse Sachen machst. Ich sage euch jetzt einfach mal ein Beispiel von diesem Magazin-NFT, was ich alles mit so einem NFT machen könnte. Also nur mal so als Idee. Angenommen, du hast ein Print-Magazin, angenommen, du hast einen Verlag und hast so ein Magazin und gibst jetzt ein NFT raus. Was könntest du alles damit machen? Was könnte ich alles damit machen? Ich könnte zum Beispiel auf meiner Website sagen, hey, connect Wallet. Dann schaut meine Wallet, hast du diesen NFT in der Wallet. Wenn du den NFT drin hast, dann hast du damit Zugang vielleicht zu einem speziellen Bereich meiner Webseite. Ich könnte auch einen speziellen Members-Only-Discord-Kanal machen. Ein Discord-Kanal, wo du dich verifizieren musst und der Discord checkt automatisch, hast du den NFT in dieser Wallet. Und dann können in diesen Discord-Kanal nur Menschen rein, die den NFT in ihrer Wallet haben. Und dann könnte ich, wenn ich jetzt ich bin oder ein Sänger oder ein Musiker oder ein anderer Künstler zum Beispiel sagen, hey, alle, die in diesem Discord sind, da gehe ich einmal im Monat live und mache eine Live-Q&A. Zum Beispiel eine AMA. Ask me anything. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du so günstige NFTs machst, die fast geschenkt sind wie bei mir, dann kannst du auch Burn-Mechanismen machen. Ihr kennt es vielleicht, was wir bei den Iggy's von Rainer Horsch gemacht haben. Du konntest 10 Iggy's minten und konntest dann 10 Burnen und hast ein Unikat von Rainer Horsch dafür bekommen. Also 10 NFTs zerstören auf der Blockchain und dafür einen anderen NFT bekommen. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, wenn du 10 von den NFT-Magazin-NFTs hast, dann kannst du die Burnen für einen Bronze-NFT. Wenn du 20 hast, kannst du die Burnen für einen Silber-NFT. Wenn du 50 oder 100 hast, kannst du die vielleicht Burnen für einen Gold-NFT. Und mit dem Gold-NFT könnte ich zum Beispiel, was du nämlich auch machen kannst, du kannst nicht nur eine Website oder einen Discord zugänglich machen, du kannst auch einen Telegram-Kanal zugänglich machen. Du könntest zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel sagen, hey, wenn jemand den Gold-NFT hat, hat er Zugang zu meinem Telegram-Kanal, zu dem sonst nur meine Coaching- und meine Mentoring-Teilnehmer Zugang haben, indem ich reinschreibe, was ich alles gekauft habe und was ich momentan am NFT-Markt interessant finde und was es für sehr wichtige News gibt, nach denen man schnell handeln sollte. Also auch diese Möglichkeit gibt. Übrigens, wenn du dich für das Coaching interessierst, ist hier drunter der Link zu einem kostenlosen Workshop, wo du mal reinschauen kannst, ob dieses Coaching vielleicht was für dich ist. Du kannst zum Beispiel auch ein Leaderboard machen. Das siehst du sogar bei OpenSea. Ich kann dir das mal zeigen, bei OpenSea kannst du reingehen, ich teile mal nochmal meinen Bildschirm, kannst du reingehen bei jedem Projekt und kannst in, bei jeder Kollektion und kannst in die Analytics reinschauen, hier das Magazin bei Mike Hager, kannst in die Analyse reinschauen und kannst zum Beispiel hier runterscrollen und siehst, wer sind die Holder mit den meisten NFTs. Ich habe jetzt zum Beispiel acht von den Deutschen. Also, was könnte ich machen? Ich könnte hergehen und könnte mir das Leaderboard anschauen und sagen, hey, wer am meisten von meinen NFTs gemintet hat, der kriegt was von mir. Die ersten drei Plätze, die ersten fünf Plätze, die ersten zehn Plätze, der erste Platz gewinnt vielleicht sogar was. Ich könnte ein Gewinnspiel draus machen, könnte sagen, hey, der erste Platz gewinnt ein Zugang zu meinem Coaching zum Beispiel. Also, weißt du, du kannst hier immer ganz viel mit deinem Business spielen. Noch was. Wenn das Ding gemintet ist und ich hoffe, dass viele gemintet werden. Lass uns mal sagen, vielleicht werden da acht bis zehntausend gemintet. Dann kann ich irgendwann einen Künstler mir suchen, der Profilepics draus macht, wie zum Beispiel die 10.000 Bored Apes und dann kann ich sagen, hey, ich ändere die Metadaten und dann wird aus deinem Magazin-NFT, die ja jetzt alle gleich ausschauen, ein One-of-One, ein Unikat-Profilepics. Auch das ist möglich. Zugang zu einer Community, Discord habe ich schon gesagt. Ich kann zum Beispiel das auch so machen, dass bei der nächsten Ausgabe von diesem Magazin kann ich sagen, hey, die, die den ersten NFT haben, haben, weil ich werde, muss ich vielleicht dazu sagen, ich werde jetzt jedes Quartal ein neues Magazin machen. Habe ich jetzt mich committet? Ich möchte einfach euch einmal im Quartal die Möglichkeit geben, das Neueste, die spannendsten News, Sachen im NFT-Bereich rauszugeben und euch damit auch ein Sammelheft zur Verfügung zu stellen. Und ich könnte zum Beispiel sagen, hey, jemand, der diesen NFT hat, kann sich die nächste Ausgabe kostenlos claimen, kriegt sie kostenlos nach Hause geschickt. Ich könnte aber auch sagen, bei jeder von diesen nächsten Ausgaben wird wieder ein NFT dabei sein. Ich könnte sagen, du kannst diesen zweiten NFT nur haben, wenn du den ersten NFT in deiner Wallet hast. Nur so jemand kann den minden. Dadurch kannst du zum Beispiel dafür sorgen, dass die NFTs vielleicht auch auf dem Secondary, auf dem Zweitmarkt gehandelt werden. Also versuch immer mal zu denken, wie könnte dein Business aussehen mit NFTs. Ich könnte das machen, was die Board Apes zum Beispiel machen. Ich könnte sagen, hey, es gibt besonderes Merchandise. Future of Finance Kappe, Future of Finance Hoodie oder ein Hoodie mit meinem Board Ape drauf und könnte zum Beispiel sagen, hey, nur jemand, der den NFT hat, hat die Möglichkeit, dieses Merch, diese Merchandise Waren zu kaufen. Ich könnte auch denen, die einen NFT haben, ich könnte zum Beispiel sagen, hey, bei der nächsten Ausgabe gibt es 100 Goldene und die 100, die die meisten NFTs haben, kriegen die spezielle Goldausgabe, als spezielle Sammlerausgabe. Für sowas ist es auch gut, zum Beispiel die E-Mail-Adressen zu haben. Deswegen hast du oben die Möglichkeit für unter Umständen zukünftige Benefits, deine E-Mail-Adresse einzugeben, wenn du den NFT hast, damit wir dich auch anschreiben können. Du kannst, wie gesagt, denen, die den NFT haben, die nächste Ausgabe kostenfrei zukommen lassen. Du kannst auch eine Party machen. Ich könnte einmal im Jahr eine Party machen für alle, die den ersten und die vier NFTs des nächsten Jahres gesammelt haben. Und könnte über TokenGate, das ist eine Software, die wird immer größer werden. Ich habe den Founder von TokenGate jetzt in Mexiko kennengelernt, den Fonds. Kannst du dir schon mal aufs Handy holen, wirst du in Zukunft brauchen für IRL-Events, also in-real-life-Events. Und könnte eine Party machen, wo nur Menschen rein können, die den NFT haben. Ich könnte auch sagen, hey, ich will die bevorzugen, die die ersten 100 gemintet haben, weil dessen meine größten Fans sind, weil die am schnellsten gemintet haben, am frühesten gemintet haben. Und könnte sagen, hey, die, die sozusagen eine niedrige Token-ID haben, kriegen was Spezielles von mir. Das waren jetzt zehn Beispiele, was du im Nachgang dir alles einfallen lassen kannst, wenn Menschen deinen NFT haben. Als Firma, als Selbstständiger, als Arzt, als in jeder Form von Unternehmen. Und wenn du Angestellter bist, kannst du mal überlegen, wie das vielleicht für deine Firma aussehen könnte. Also das ist es, was die meisten Menschen noch nicht verstehen, was so interessant und so sexy an NFTs ist. Dass du eben deinen Menschen was geben kannst, wie ich jetzt zu einem super günstigen Preis. Das ist fast wie geschenkt. 0,0299 Eter. Easy. Kann man einfach mal mitnehmen. Und erstens freuen sich Menschen schon, weil es ein geiles Kunstwerk von Marco Mori ist. Und zweitens kann ich dann im Nachgang, und um Himmels Willen, ich sage gar nicht, dass ich das mache. Ich habe auch reingeschrieben, hey, keine Roadmap, keine Utilities. Kann sein, dass irgendwann mal Utilities kommen. Aber du hast ein schönes Kunstwerk. Du hast den NFT für das NFT-Magazin in echt. Hast den begleitenden NFT dazu. Das würde ich als ein Set sehen für die Sammler. Und hast dadurch eben, als der dir den NFT rausgeht, für die Zukunft alle Möglichkeiten, deinen Sammlern was Gutes zu tun und ihnen coole Sachen zu geben, weil du immer auf die Blockchain draufschauen kannst. Du kannst auch einen Snapshot machen. Du kannst sagen, hey, am 1. Juli 2024 mache ich einen Snapshot. Und wer dann alle NFTs bis dahin gesammelt hat, kommt in den Topf rein, wo was verlost wird oder bekommt was Spezielles. T-Shirt, Abendessen mit mir, was auch immer. Kannst dir alles mögliche überlegen. Also das ist das, was an NFTs so geil ist. Und um da jetzt real life bei diesem meinen ersten eigenen Gehversuch, ich habe das ja schon für andere gemacht, dabei zu sein, um da dabei zu sein, hol dir den NFT. Der Link ist hier drunter, mint.mikehager.de. Hol ihn dir auf Englisch, hol ihn dir auf Deutsch, hol dir beide, hol dir mehrere, wie du magst. Ich freue mich auf alle Fälle sehr. Und ich glaube, dass es etwas sein wird, wo zumindest ich und meine Coaching- und meine Mentoring-Teilnehmer und auch die, die das NFT-Magazin besitzen, und ich möchte es nochmal sagen, hol es dir, dass die darauf zurückblicken und sagen, boah krass, da waren wir 2022 schon dabei, als dieser NFT rausgekommen ist. Und der Beweis dafür, dass wir da dabei waren, ist auf der Blockchain festgenagelt, weil dieser NFT ist in deiner Wallet. Deswegen klicke jetzt am besten auf den Link, hol dir den NFT. Wenn es Fragen dazu gibt, schreib in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt All Things NFT.